Okay, aber hören tut man mich trotzdem nicht über die Lautsprecher. Ist auch egal. Also man hört mich auch ohne Mikro, glaube ich. Also wenn ihr an der Tombola teilnehmen wollt, dann solltet ihr bis 13 Uhr an der Umfrage teilnehmen. Aber wenn ihr nicht an der Tombola teilnehmen wollt, könnt ihr die Umfrage natürlich auch später machen. Also es wäre aber schön, wenn die alle an der Umfrage teilnehmen würden. So und jetzt begrüße ich den Jochen Topf, den kennt hier, glaube ich, jeder in dem Raum. Von daher muss ich nicht viel sagen. Er zeigt uns... Das ist an. Ist ja... Also gut. Ah, na dann. Na dann, also nochmal, den Jochen Topf kennt hier jeder, glaube ich. Und er zeigt uns jetzt, wie man ein bisschen mit der Kommandozeile was machen kann bei OpenStreetMap. Also, Jochen. Dankeschön. Gut. Ja, OSM-Datenverarbeitung auf der Kommandozeile mit Osmium. Osmium kennt viele von euch vielleicht schon den Namen als C++-Bibliothek. So hat das Ganze angefangen, dass ich eine C++-Bibliothek geschrieben habe, um alle möglichen Datenverarbeitungssachen mit... Also von OSM-Daten zu machen. Das hat als C++ angefangen. Dann gab es irgendwann Python-Bindings und Node.js-Bindings, mit denen man da arbeiten kann. Aber das sind natürlich alles Sachen, die jetzt sich an Programmierer richten und die nicht jeder so verwenden kann oder will oder sich da einarbeiten möchte. Es gibt aber eine ganze Menge Sachen, die man immer wieder braucht, wie jetzt ein Planet File updaten oder sowas, wo es bestehende Tools gibt, die man aber eben auch auf Basis von OSMium machen kann. Und deswegen habe ich da dieses Kommandozeilentool eingeführt, was auch OSMium heißt. Das ist immer so ein bisschen verwirrend jetzt mit dem Namen. Deswegen habe ich mal dazu geschrieben, die Namen, die ich so intern verwende oder häufiger verwende, also LibOSMium für die C++-Bibliothek, PyOSMium für die Python-Bindings, NodeOSMium für die Node-Bindings und OSMium-Tool für das Kommandozeilentool, wenn man das genau auseinanderhalten will. Aber alles zusammen ist OSMium und ist letztlich überall die gleiche Codebasis darunter. Was durchaus interessant ist, auch für die Nutzer von dem Kommandozeilentool, wenn ich jetzt das Kommandozeilentool benutze und irgendwann komme ich an den Punkt, wo das irgendwas nicht so macht, wie ich möchte, dann kann ich letztlich runtergehen. Das ist nur ein kleiner Wrapper um diese Library drumherum zum großen Teil. Das heißt, man kann dann gucken, dass man ein kleines C++-Programm bleibt und kopiert sich irgendwie aus dem OSMium-Tool die Sachen raus und ändert ein bisschen was. Also für die Spezialisten, da gibt es einen leichten Weg, wie man dann tiefer einsteigen kann. Gut, also es soll aber nur um das Kommandozeilentool jetzt gehen bei diesem Talk. Wer es ausprobieren will, hier sind schon mal die URLs der Webseite und der GitHub-Seite, wo der Code liegt. Das ganze Ding läuft unter Linux, Mac OS oder Windows. Es gibt ein paar wenige Sachen, die unter Windows nicht genau so tun, aber fast alles geht. Und es gibt auch immer sehr aktuelle Debian-Pakete oder die man auch unter Ubuntu verwenden kann. Auch die Fedora-Pakete werden recht aktuell gemacht. Ist auch in den offiziellen Distributionen drin. Gut, und jetzt will ich mal was Neues probieren, was ich im Vortrag noch nie gemacht habe. Ich will das irgendwie live eintippen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktionieren wird, damit man auch so sieht, wie dieses Programm funktioniert. Also mal Szenario, ich habe mir die Daten von Bayern runtergeladen von der Geofabrik und die habe ich jetzt da und damit möchte ich irgendwie mal arbeiten. Jetzt fange ich mal damit an, dass ich Osmium starte und hier zum Beispiel mal Help aufrufe und dann kriege ich die ganzen Befehle, die Osmium versteht. Osmium ist ähnlich wie jetzt zum Beispiel das Git-Programm. Es gibt eben so ein Unterbefehl, den man immer als zweites angibt und der dann bestimmt, was die Operation ist, die man machen möchte und dazu dann irgendwelche Parameter. Und einige von diesen Unterbefehlen werde ich jetzt vorstellen. Man kann auch zu jedem Unterbefehl jetzt zum Beispiel dem File-Info-Befehl kann man Help aufrufen und kriege dann die Man-Page angezeigt von dem Dings oder ich könnte jetzt Osmium-File-Info-H aufrufen, dann kriege ich nur mal kurz die Kommandozeilen-Option dargestellt. Das ist ganz ähnlich. Ich habe das so ein bisschen mir angeguckt, wie Git das macht und habe das im Prinzip ganz ähnlich gemacht. Also File-Info ist auch so der erste Befehl, den man häufig braucht. Und zwar, ich habe mir jetzt also irgendwie Bayern, wo ist es, Bayern runtergeladen und kann mit File-Info anschauen, okay, ein bisschen ein paar Meta-Informationen über dieses Bayern-File, was ich mir jetzt von der Geofabrik runtergeladen habe. Da steht eben drin, wie groß das Ding ist, was für eine Boundingbox da drin ist, ein paar Meta-Informationen, die in dem Header drin sind, kriegt man so zu sehen. Und wenn ich jetzt möchte, dann kann ich auch die Minus-E-Option verwenden und dann geht er jetzt durch die ganze Datei durch und sammelt so ein paar statistische Informationen, werden wir gleich sehen. Also man sieht den Fortschrittsbalken, okay, ist jetzt durch, zeigt mir an, was ist zum Beispiel der erste und letzte Timestamp in der Datei. Kann ich also sehen, okay, 19.03. relativ aktuelle Datei von vor ein paar Tagen. Es gibt eine Checksumme, ich sehe die Anzahl der Objekte, die da drin sind. Das sind so Sachen einfach, um mal schnell zu sehen. Ich habe da irgendeine Datei, was ist da eigentlich jetzt drin? Gut, der nächste Befehl, den wir uns anschauen, ups, nee, OSM-Update nicht. So, Osmium-Cut. Cut, wie der Cut-Befehl, den man sonst kennt, auf der Kommandozeile, kopiert einfach die Eingabedaten in die Ausgabedaten. Ich kann mehrere Dateien aneinanderhängen damit oder einfach eine Datei umformen in verschiedene Formate. Also ich habe jetzt irgendwie diese Bayern-Datei. Übrigens, wer aufgepasst hat, sieht schon, da gibt es ein Command-Line-Completion. Das funktioniert jetzt unter Z-Shell, weil ich Z-Shell-Fan bin. Gibt es also eine komplette Command-Line-Completion-Konfiguration davon, der auch die ganzen Unterbefehle und die ganzen Optionen und so weiter kennt und weiß, an welcher Stelle wird ein Fallname erwartet oder irgendwas anderes. Das ist ganz praktisch. So, ich sage jetzt also, ich möchte die Datei Bayern-OSM-PBF lesen. Das ist eine PBF-Datei, die ich als Binärdatei so nicht anschauen kann und sage, ich möchte die jetzt in das OSM-Format umwandeln, also dieses Standard-XML-Format und will die mir einfach mal anschauen. Und dann sehe ich eben die Datei, wie die aussieht. Habe das jetzt in Less reingepiped, damit ich mir das Stück für Stück anschauen kann. Ich kann das aber auch in der Datei schreiben. Also ich könnte jetzt eben auch sagen, hier minus o fu.osm und da würde es mir in die Datei fu.osm schreiben oder wenn ich bc2 angebe, erkennt er automatisch die ganzen Änderungen und schreibt es also in das richtige Format. Ich möchte das Format Debug mal zeigen. Das Problem mit dem XML-Format ist, dass es teilweise doch ein bisschen schwierig zu lesen ist und deswegen habe ich dieses Debug-Format erfunden, wo es so ein bisschen übersichtlicher dargestellt ist. Diese Daten, das ist jetzt was, was dafür explizit gedacht ist, dass der Mensch das liest und nicht irgendeinen Computer irgendwie wieder interpretieren muss. Und weil man das so häufig braucht, gibt es eine Abkürzung. Ich kann einfach OSM-Show angeben und das macht letztlich genau das Gleiche. Es formatiert das in das Debug-Format um, ruft aber intern noch mit dem Less auf. und hat in der Variante sogar jetzt so ein bisschen Farben da drin, dass man es ein bisschen übersichtlicher noch sehen kann. Das sind aber alles Sachen, die man auch aktivieren oder deaktivieren kann. So, eine Option, die sehr viele von den Befehlen haben, ist eine Minus-T-Option oder Object-Type. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte aber nur die Vase sehen. Die Nodes interessieren mich aus irgendeinem Grunde nicht in dieser Datei. Das dauert einen Moment, weil er erstmal die Nodes durchlesen muss und bis zur Stelle kommen muss, wo die Vase anfangen. Und jetzt sehe ich halt diese Vase und kann eben zum Beispiel sehen, also hier haben wir jetzt irgendeinen, der Vain Nummer 100 ist da drin, der hat Tags, der hat die Nodes, wird mir angezeigt. Gut. So, die Bayern-Datei ist jetzt irgendwie ein paar Tage alt vielleicht. Das Erste, was ich also unter Umständen machen möchte, ist, ich möchte sie updaten auf den aktuellen Stand. Ich habe jetzt hier mal ein Change-File runtergeladen. Also ich lese jetzt hier die Bayern-Datei, ich lese diese eine Change-Datei, die ich runtergeladen habe und möchte das Ganze in Bayern neu OSM-PBF schreiben. So, und ich habe jetzt hier auch nochmal die Option minus V angegeben bei dem Kommando. Das gibt es auch bei sehr, sehr vielen. Da sagt er so ein bisschen, was er macht. Erzählt mir nochmal genau, welche Kommandozahlen der Optionen der gepasst sind. Das ist sehr praktisch, vor allem, wenn man das in irgendwelche Skripte einbaut, dann kann man nachher in einem Log-File sehen, okay, was ist denn eigentlich die Parameter gewesen, mit denen das aufgerufen wurde? Was ist da genau passiert? Und man sieht auch links die Zeit, sodass ich dann sehen kann, okay, dieses Skript normalerweise hat es irgendwie drei Minuten gebraucht, um durchzulaufen und jetzt, heute hat es aber zehn Minuten gebraucht und da ist irgendwas falsch gewesen oder sowas. So, der ist jetzt also fertig. 30 Sekunden hat er jetzt gebraucht, um die Bayern-Datei von einem Tag, also mit einer Änderung von einem Tag, die in diesem Bayern 460 OSC-File drin sind, zu updaten. Er sagt mir auch, wie viel Speicher er gebraucht hat für die Operation. Das ist jetzt was, was keinen wesentlichen Speicher braucht. Aber bei manchen Kommandos ist es so, die brauchen viel Speicher und da kann man so ein bisschen Auge drauf haben, ist das vielleicht ein Problem auf dem Rechner, den man hat oder sowas. Also ich versuche da möglichst viele Informationen in dem Minus V unterzubringen, die nützlich sein können für die Benutzung. So, also er hat den Update gemacht. Ich kann mir jetzt mal anschauen. Hier die Bayern-Datei von gestern sozusagen mit dieser neu erzeugten Datei. Was denn da die Unterschiede sind? Also auch da wieder dieses Debug-Format verwenden, aber mit dem Diff kann ich mir Unterschiede anzeigen. Das dauert jetzt einen Moment, weil die meisten Sachen gleich sind. Er muss jetzt erstmal durch all die Sachen durchgehen, die gleich sind in beiden Dateien. Also fängt von vorne an zu lesen und vergleicht die Sachen. Und vor allem die meisten Nodes, die erstmal am Anfang an der Datei kommen, sind halt gleich. Und deswegen dauert es einen Moment, bis da die Unterschiede gefunden haben. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel, hier ist also der Node 1, 9, 5, 5, 4, 2, 5. Der ist in der Version 11 in dem alten Datei drin gewesen und in der Version 12 in dem neuen Datei. Und mir werden also die Unterschiede angezeigt. Da hat also jemand gerade einen diesen Crossing Traffic Signals Tags da irgendwie dran gemacht. Genau, und da kann ich mir sowas anschauen. Also auch ab und zu ganz praktisch. So, jetzt gehen wir erstmal auf die Folien zurück. Hier ist also Passau. Da bin ich jetzt auf die OSM-Seite gegangen, einfach habe nach Passau gesucht, habe die Grenze von Passau gefunden, die hier angezeigt wird auf der normalen OSM-Seite, kennt ihr. Und dann sehe ich da oben die ID 62629. Das ist die Relations-ID von Passau. Und ich nehme mal an, ich will eben in den Passauer Daten arbeiten. Dann kann ich mir das jetzt hier ausschneiden. Also ich sage Osmium-Extrakt. Ich nehme diese Bayern-Neudatei, die ich gerade erzeugt habe und nehme jetzt die Grenze, die ich von OSM runtergeladen habe, habe mir letztlich, die habe ich hier vorliegen. Also diese Datei enthält diese Relation mit allen Teilen und sage, das möchte er mir bitte in Passau. Ich sehe leider hier, ich sehe nur einen Teil von dem Bild. Ich muss gerade mal das neu anfangen. Extrakt Bayern Passau Grenze minus O Passau USMPBF. So, da habe ich jetzt wieder einen Fortschrittsbalken. Noch nicht alle Kommandos vom Osmium haben diesen Fortschrittsbalken, aber bei den meisten habe ich den inzwischen eingebaut. Also der geht jetzt durch diese Bayern-Datei und schneidet mir nur den Bereich von Passau aus und ich habe angegeben, was die Grenze ist, was er mir ausschneiden soll mit dieser Relations, mit dieser Datei, wo die Relation von OSM direkt drin ist. Ich kann stattdessen auch eine GeoJSON-Datei angeben. Ich kann auch eine Boundingbox angeben, die ich ausschneiden möchte oder so eine Poly-Datei, wie das Osmosis eingeführt hat, was auch die anderen Tools, die so Sachen ausschneiden können, kann ich machen. Diese Software ist aber so schnell, dass man häufig einfach, also ich könnte jetzt auch die Grenzrelation von Deutschland nehmen oder sowas und das Ding ist immer noch schnell genug. Also obwohl man ein sehr detailliertes Polygon hat, funktioniert das. So, und jetzt gucke ich mir das mal an. Also ich habe jetzt hier Passau, kann ich wieder diesen Show-Befehl verwenden und kann mir hier wieder anschauen, was ich da bekommen habe. Und ich habe noch einen anderen Befehl, der heißt CheckRefs. Damit kann ich mir jetzt zeigen lassen, ob diese Dateireferenz complete ist. Das heißt, ob alle Referenzen von Ways auf Nodes beziehungsweise Relationen auf die Members in der Datei drin sind. Ich sehe jetzt hier, okay, alle Nodes, die wir für die Ways brauchen, sind drin, aber nicht alle Members von den Relationen sind drin. Das ist einfach die Art und Weise, wie dieser Extrakt funktioniert. Der sorgt in der Default-Einstellung dafür, dass die Nodes alle da sind, aber nicht unbedingt alle Relationen aufgelöst werden. Das kann man jetzt, das kann man auch anders machen. Mit dem Extrakt-Befehl, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also habe ich ja schon erwähnt, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Ausschnitte zu definieren. Und man kann auch mit dem Extrakt-Befehl mehrere Ausschnitte aus einmal berechnen, sodass ich also nicht die Datei 15 mal lesen möchte, wenn ich irgendwie die, was weiß ich, Bundesländer ausschneiden will oder so, ich kann eine Konfig-Datei anlegen und es einmal aufrufen. So, und genau, jetzt diese Geschichte mit den, welche Sachen in dem Extrakt drin sind. Es gibt drei Strategien, die man anwenden kann. Die Simple-Strategie sagt einfach, alles, was in dem Polygon drin ist, den ich das hier ausschneiden will, in dem Fall, also alle Nodes, die in dem Polygon drin sind, die will ich haben. Das ist also die, die hier schwarz dargestellten Nodes, die bekomme ich. Aber dann ist es sowas wie, dass der blaue oder türkise Weg da unten drin ist, da fehlen halt Nodes. Der hat, die drei Punkte sind drin, der Waze drin, aber dem fehlen Nodes, die dann fehlen. Das ist eben nicht Referenz-Complete. Das ist, was ist einfacher, ich muss die Datei nur einmal lesen, wo ich einen Extrakt machen will, in dem Fall jetzt die Bayern-Datei. Geht etwas schneller, aber reicht meist nicht für die meisten Anwendungen. Der Complete-Waze-Strategie ist das, was man meistens verwende, das ist der Default, den ich eben auch gemacht habe. Es sind alle in dem Extrakt, sind alle Nodes drin, die in dem Gebiet sind, plus die, die ich noch brauche, um die Waze vollständig zu machen, wie diesen türkisen Way hier. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Multipolygon habe, was da rechts so ein bisschen dargestellt werden sein soll, dann fehlen da unter Umständen Teile von. Dafür kann ich die Smart-Strategie verwenden, die dann speziell solche Sachen noch mal kann. Die weiß, wie ein Multipolygon funktioniert und die Multipolygone, oder ist dann konfigurierbar. Ich kann auch Routenrelationen damit vervollständigen. Also ich kann sagen, dass ich noch mehr Informationen in diesem Extrakt, in dem Extrakt drin haben will. Das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen schwierig am Anfang. Aber der Default funktioniert. Die Geofabrik benutzt bei ihren Dings diese Smart-Strategie inzwischen. Das heißt, Multipolygone, die jetzt eine Grenze überschneiden, sind da immer mit drin, was ganz gut ist für so Sachen wie ein Bodensee oder so. Gut, Performance, da habe ich auch noch mal so einen Vergleich gemacht. Also das letztlich, was der ganz unterste Wert, das ist so der Wert, den man kriegen wird normalerweise. Das ist also schneller als die aller andere Software. OSM-Convert ist mit, wenn man O5M-Format verwendet, ist es auch gar nicht so schlecht. Mit dem PBF-Format, das ist die zweite Zeile, ist relativ langsam. Der aus einem Historic-Bitter, das, was wir vorher verwendet haben, oder viele vielleicht verwendet haben von Peter Körner, ist auch noch mal ein Stück langsamer. Und verschiedene Varianten, vom Osmium-Extrakt mit Boundingbox oder sowas, unterscheidet sich dann nicht mehr viel die Performance. Man kann es also auch mit sehr großen, sehr großen Polygonen ausschneiden. Genau, und habe ich erwähnt, dass die Geofabrik eben das auch benutzt, inzwischen um die Extrakte zu machen. Gut, jetzt haben wir hier die Daten von Passau. Und jetzt gucke ich mal, Tags, Filter. Ich möchte mir jetzt mal aus diesen Passau-Daten alles ausschneiden, was ein Highway ist, weil ich vielleicht irgendwie darauf routen möchte oder sowas. Da gibt es also diese, den Tags-Filterbefehl dafür und hier diese Syntax. Das W heißt einfach, ich bin an Waze interessiert und die sollen diesen Highway-Tag haben. Und das schreibe ich jetzt mal in highways.osm.bc2 ein. Gut, hat er gemacht. Und jetzt kann ich zum Beispiel in Yosem reinladen, diese Datei. Deswegen habe ich jetzt hier kein pbf verwendet, sondern das normale osm.xml-Format, dass ich diese Datei jetzt mir im Yosem anschauen kann. Und jetzt haben wir also hier alle Highways von Passau hier in Yosem reingeladen. Gut, probieren wir einen anderen Befehl, Get-ID. Damit kann ich mir einzelne IDs oder eine oder auch mehrere IDs aus einer Datei rauslesen. Ich habe jetzt vielleicht festgestellt, dass in dieser Passau osm.pbf ist jetzt ein Way drin mit der Nummer 8106971. und das ist das Audimax, also das Gebäude da drüben, was ich mir wieder im Yosem anschauen kann. Was dieser Get-ID-Befehl macht, ist, er holt halt dieses Objekt mit der ID raus, minus R habe ich angegeben, sodass er die Nodes auch noch dazu holt und nicht nur den Way selber. Und dann kann ich mir das Ding hier anschauen. Ups, man sollte nicht Ctrl-W drücken im Yosem, um es zuzumachen, das geht nicht. Das ist nämlich Ctrl-Q. Also das ist diese Audimax-Datei, da habe ich ein paar Nodes drin und dann diesen einen Way für den Umriss. kann mir auch die XML-Datei angucken, kennt ihr alle. Und was hier mal so ein bisschen Problem ist bei den OSM-Daten ist, ich habe hier oben die Nodes und die haben die Locations mit dran, also die haben die Koordinaten mit dran, aber der Way unten hat es nicht mehr. Ich referenziere hier nur die Nodes, aber ich habe die Koordinaten nicht mehr. Dafür gibt es einen Osmium-Befehl, der heißt Add Locations to Ways. Nehme ich jetzt also dieses Audimax und sage, ich möchte die Locations auf die Ways dran haben und wenn ich, Ups, nochmal sollte man nicht ausführen, wenn ich mir die Datei jetzt anschaue, vorne sieht alles soweit gleich aus. Ups, man sollte die richtige Datei anschauen. So, und jetzt hat er mir die Locations, also die Koordinaten für die Nodes an den Ways mit dran geschrieben. Das ist so eine Erweiterung, die ich mir ausgedacht habe für die OSM-Daten und damit kann man häufig dann, also kann man diese Daten dann schneller weiterverarbeiten, wenn man das haben möchte. Genau, eine Sache will ich noch schnell zeigen, bevor ich hier von der Bühne geschmissen werde. Ich habe ein weiteres Format, das ich OPL, Object Per Line, nenne. Das sieht so aus, das ist ein bisschen unübersichtlich jetzt zu sehen, aber ich habe ein OSM-Objekt in jeder Zeile und damit kann ich jetzt, damit kann ich, wenn ich mich so ein bisschen auf der UNIX-Kommandozeile auskenne, kann ich mir jetzt halt einzelne Felder relativ einfach mit irgendwie so Cut und Crep und so weiter rausholen. Also hier zum Beispiel die Zeiten, wann die Objekte zuletzt geändert wurden. 2 bis 5, die Jahreszahl habe ich mir rausgeholt, sortiere das, ups, so, und kann dann auch sehen, in welchen Jahreszeiten, also zum Beispiel zu welcher Zeit irgendwie besonders viele Änderungen gemacht wurden oder solche Dinge. OSM kann auch mit History-Daten arbeiten, da kann man dann also noch mehr solche Operationen machen, lasse ich jetzt mal weg. Und es gibt also noch mehr Befehle, ich kann Dateien sortieren, alles Mögliche, könnt ihr euch die Anleitung anschauen. Was nicht im OSM selber drin ist, ist ein einfacher Befehl, mit dem man ganzen Planeten einfach immer sagen kann, okay, ich möchte den einfach aktualisiert haben, muss irgendwo mit den Change-Dingern operieren. Dafür gibt es aber Pi-OSM-Befehle, das ist ganz neu jetzt drin, kann ich euch empfehlen, das mal anzuschauen. Und noch vielen Dank an Mapbox, die das finanzieren, dass ich an diesem Tool arbeite. Und ja, hier sind die Sachen zu finden. Danke fürs Zuhören. So, gibt es Fragen? Einigt euch. Ja, gleich zwei. Also, was bedeutet dieses Visible, was du immer angezeigt hast da bei deinen Dateien? Und das zweite, du hast da so jetzt Waze extrahiert, geht das auch für Relation? Also könnte ich mir jetzt zum Beispiel alle Fahrradwege in Passau rausziehen? Ja, das geht auch. Also, es geht genauso, wie man filtern kann auf die Waze, kann man auch auf Relationen oder Nodes oder beides und verschiedene Kombinationen kann eben sagen, alles, was den Root gleich Bicycle oder keine Ahnung, wie das getaggt ist, die Sachen hat, ja, das geht auch. Die andere Frage, ah ja, Visible ist, das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen, bisschen blöd zum Datenmodell. Grundsätzlich ist es so, alle OSM-Daten, die man normalerweise so sieht, die haben immer dieses Visible-Flag. Normalerweise wird es nicht angezeigt, weil es immer ja ist, wenn ich auf aktuellen Daten arbeite. Aber wenn ich mit History-Daten arbeite, dann kann Visible-Fault sein und das heißt, das Objekt, diese Objektversion ist gelöscht. Das heißt, wenn bei OSM ein Objekt gelöscht wird, wird eine neue Version angelegt, die das Visible-Flag auf False gesetzt hat und das bedeutet, das Objekt ist gelöscht worden. Weil ich kann ja nicht einfach das Objekt löschen, dann wäre die History weg. Ich muss die History behalten und daher kommt dieses Visible-Flag und das wird an einigen Stellen jetzt, bei mir wird es eben mit angezeigt, was in einer History-Datei wichtig wäre, in einer Nicht-History-Datei nicht unbedingt wichtig ist. Man kann es aber nicht immer unterscheiden, ob was eine History-Datei ist oder nicht, weil es nicht so ganz klar ist, wie man das macht. Und das ist auch so ein bisschen verwirrend manchmal und ja, da gibt es immer wieder auch Probleme. Im Zweifelsfalle für Osmium, wenn man eine History-Datei hat, in .osh pbf umbenennen und nicht .osm bbf, daran erkennt Osmium das, das ist aber nicht jetzt ein genereller Standard, das ist so ein bisschen doof. Ja, also ich finde das alles sehr beeindruckend, aber an einer Stelle habe ich es jetzt nicht verstanden, also du hast gezeigt, wie man mit einem Grenzpolygon zum Beispiel Deutschland aussteigen kann, hast dir das Grenzpolygon aber von einem Server geholt. Anschließend hast du gezeigt, dass es den GET-Befehl gibt, mit dem ich mir das Grenzpolygon aber auch selber mit Osmium rausholen kann. Also warum gibt es jetzt nicht die Abkürzung, das Grenzpolygon einfach über die Relation-ID auszuschneiden? Guter Punkt könnte man machen, ist halt jetzt zwei Befehle, die man nacheinander ausführen muss. Man könnte es einbauen, dass man nur allein die ID angeben muss. Die Frage ist, also so ist es einem vielleicht ein bisschen klarer, was man da genau tut, aber ich nehme es mal als Anregung entgegen, dass man das vielleicht einbaut, dass es einen zusätzlichen Befehl gibt, der sich erstmal aus der Datei dieses Grenzpolygonen rauszieht und dann in einem Schritt sozusagen das mitmacht. Könnte man machen, ja, richtig. Noch Fragen? Dann bedanke ich mich bei dem Jochen Topf für seinen interessanten Vortrag. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020